Okay, nachdem ich eben den Part beendet habe, ist mir auch aufgefallen, dass ich nicht mit meinem Headset aufgenommen habe. Das ist jetzt aber der Fall. Jetzt ist auch wieder Tag, da können wir uns sehr entspannt der Feldarbeit widmen. Immer noch dabei, die beiden Cave-Helden, Tarek und David. Wie er elendig verrickt ist in der Höhle. Das war das Highlight. Wie ich es einfach total lustig finde. Hast du es dir gecheatet? Irgendwie hört man dich jetzt voll leise. Eben hat man dich lauter gehört. Hey Leute, wieso ist denn hier schon wieder Gold? Ja, so ist gut. Das gibt es doch nicht. Ich kann doch nicht überall Gold und Kugel sein. Oh, das nervt einfach mal so, wie ich die ganze Zeit darüber schweißt. Oh, hier ist Gold. Ja, ich finde keine Diamanten, man. Das ist richtig schlimm. Ich finde auch kein Gold. Und jetzt? Ja, wollen wir tauschen Gold gegen Diamanten? Und da ist lang zu lieb. Ja, ich habe auch keine Diamanten. Ja, ich finde da ist lang zu lieb. Was soll ich denn mit dem Scheiß? Kannst mir geben, wenn du willst. Ich sammle das einfach aus Prestigegründen. Ich kann es mir geben. Ich habe gerade, warte mal, 27. 25 gerade gefunden. Oh, wie mich das jetzt aber aufregt, dass ich das eben mit meinem Scheiß-Computer-internen Mikro aufgenommen habe. Es ist zwar so okay, die Quali, aber... Hm... 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 Ne, Dekode baue ich jetzt nicht ab. Und jedoch, ich habe nicht so viel. Ich habe gerade mal ein Stück. So... Ey, meine Spitze ist gleich kaputt. Ich muss da nach Hause. Ach, ein Enderman. Ein Enderman. Komm doch her, du mal Enderman. Hätt sich extra für dich geändert. Ja, ich will ihn angucken, aber guck mir ihn an. Ja, das ist Koch. Hä? Wo ist er denn hier? Das David. David, drüben ist ein Enderman. Ey, er schmiert mir mal rüber. Boah, Digga. Die Anruhe. Er macht sich mal eine Fackel, der hin. Das, das, das dazu geht. Ja, du musst auch mal hinter David herlaufen und darauf achten, wie viel er übersieht. Er hat sich ganz geportet. So muss ich erst mal das Eisen einsammeln. Das damit nicht haben wollte. Ja, warum nicht? Eisen ist wichtig. Also wichtig, dass da was dazu geht. Na, unser von euch in 50. So gar nicht. Oh, gleich ist das Feld zu Ende. Ich denke, hier werde ich es mal beenden. Oder soll ich es noch hier rein machen? Nein. Reicht. So massiv habe ich dann auch nicht gelitten. Moment. Ja, ich dachte, das Mikrofon schafft... Das schafft es mal irgendwie zu muten, das scheiß Mikro. Kriegt es nicht hin, oder was? Nee. Ich habe es ganz leise gehört. Ja, sowieso ein Kleinkind, wenn es müßt ist. Okay, muss ich mir gleich mal anhören. Ja, wer denn da rum? Ein Enderman oder was? So, das ist einfach nur David. Oh, da bin ich ein Auge. Oh, da kann ich... Okay, jetzt bin ich da. Ich bin da. Ich bin hier gewendet, dass ich die Gute gehört habe. Ich bin da. Du wolltest das Eisen abbauen? Ja, Mann. Ach, das ist alles. Wie geil. Ich sehe sie wieder auf die Gegend. Du bist ein bisschen irre. Du bist ein bisschen irre. Du bist ein bisschen irre. Das ist ein bisschen ein bisschen, da ist ein bisschen an der Rund. Weil auf eine Riege ist erzutern. Okay, es war jetzt voll dumm, was ich gemacht habe, ganz ehrlich, äh, man, egal, gut, dann könnt ihr euch auch noch mehr T-Reforming gefasst machen, egal, wie, was ist T-Reforming? Ich forme die Erde um, weil mir ist gerade aufgefallen, dass das Konzept meiner Superfarm irgendwie doch ein bisschen scheiße ist, weil irgendwelche geisteskranken Tiere oder sonst was etwaigen Viecher einfach da reinspringen können und dann ist mein ganzes Konzept kaputt. Das will ich ja nicht. So, okay. Jetzt mal meinen ganzen Scheiße in die Kisten rollen. Wow, was war das? Was? Das war eben irgendwie komisch laut. Das war ein Motorrad, das ist hier vorbeigefahren. Ich kapier's nicht, man hört's irgendwie auch voll laut. Ganz echt, das ist so dermaßen leise draußen. Ganz ehrlich, was? Ich will nicht wissen, wie laut das ist, wenn mein Nachbar hier mit seinem SLS durch die Gegend fährt. Okay, ihr habt's wahrscheinlich gelesen. Ich wurde abgestürzt. Du wurdest abgestürzt? Nein. Ich dachte, gratis stürzt ab, deshalb... Eigentlich wurde ich von einem Creeper in die Luft gesprengt. Einfach so von hinten überrascht. Mann, Mann, Mann. Höh, so magst du es doch. Ja, höhöhöhöhöh. Das war so klar. Wieso versteht der Witz dabei gar nicht? Der Witz dabei ist... Oh, da liegen meine wertvollen XP-Ese. Wieso stürmst du die ganze Zeit da, wo du spawst? Hey, na, das stimmt doch gar nicht. Ich brauche nur nicht so lange zurückzulaufen, weil ich relativ nah am Spawnpoint bin. Ja, dann stirbst du doch da, wo du spawst. Ja, hey, Mann. Nein, eigentlich nicht. Leider, eigentlich würde ich in meinem Badge spawnen, aber da ich da noch nie drin geschlafen habe, weil die immer so lame TMD macht. Ich nicht. Okay, ich habe es einmal gepumpt gemacht. Einmal. Der Rasse wäre richtig aus. Ganz ehrlich, meine Kisten sind zu voll. Okay, gleich wird es wieder lustig. Das klingt einfach so unglaublich hammer. Ja, wieso ein Fünfjähriger der Husten los? Wieso irgendwie aus 20 Meter Entfernung sein? Ich habe es irgendwie so geahnt, statt irgendwie mal irgend so ein Scheiß-Mikrofon zu entwickeln, das einfach bei Mute einfach komplett den Ton ausmacht. Tja, ich habe die Muten, auch wenn du Mute drückst. Was ist das denn? Das ist David's Mikrofon, wenn er es mutet. Richtig geil. Ey, wo ist jetzt? Oh, da ist das Tor. Ich glaube, ich habe es wieder richtig in die Tasten. Oh, ne. Einfach nur, weil ich es lustig finde. Der Teig, du hast wieder 20.000 Sachen. Ich habe anderthalb Stacks Eisen, 25 Gold, 40 Lappet Largstony und 20 Rhinstone. Und 30 Stacks Kohle habe ich gefunden. Hat jemand Gravil irgendwo? Ja, viel zu viel. Ja, kann ich mir das holen? Ja. Okay, dann mache ich mich jetzt mal auf den Weg. Wie viel brauchst du? Äh, weiß nicht. Zwei, drei Stacks. Okay, ein Stack habe ich, den kann ich dir geben. Okay. Äh, tp-st du dich, oder? Hä, was zu dir, oder wie? Ja, zu mir. Ja, kann ich mir. Dann kannst du dir ja auch mal mein Feld angucken, was im Entstehen ist. Ja, hier, hallo, hallo, ich stehe hinter dir. Ja, guck dir mein Feld an. Okay, ja, genau. Ist auch überhaupt nicht geritten, ne? Das hat auch ein Tor, das Feld. Aha. Warte, hier, hier, warte, bleib doch mal stehen. Ja, ich stehe doch. Es geht da hinten noch weiter, würde ich euch sagen. Warte, hier, warte, ich muss erstmal hier, kennst du, kennst du, kennst du, kennst du? Ach, Silberrüstung? Äh, nein, das, ja, hier. Ja, Mann, Schwert, ah, ich wollte nur sagen, ich freke gerade so richtig epileptisch ab mit meinem miesen Anzug. Ey, was sind die, was sind die dieses gelbe Zeugs hier? Melonen. Das sind die Melonen. Okay. Okay, das macht jetzt nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, dass ich gar nicht mehr, dass die Usaha mal beladen bin. Wie krank ist das denn? Oh, nee. Das ist doch ohne Rüstung. Okay, irgendwo muss ich noch ein bisschen mehr Gravel bekommen. Alter. Kann das hier mal vielleicht ein bisschen schneller funktionieren? Ein Baum ist auf meinem Baum gewachsen. Warum wächst denn das nicht? Das kapier ich nicht, warum das nicht wächst. Ah, ich esse jetzt erstmal eine Melone. Schöne Melone. Wie viel habe ich jetzt eigentlich? Oh, mehr als ein Stack. So, dann behelfe ich mir mal unlauterer Mittel. Oh, ein Schietel. Nein, ich mache einfach nur Bone Meal auf dieser Teile. So, du weißt schon, dass jetzt Nacht ist, das hilft nicht so viel. Äh, doch, die wachsen. Ach so, schade. Aber einfach mal irgendeinen schlauen Spruch ablassen. Ja. Ja. Ja, schönes Mikrofon atmen. Ja, das ist immer ganz nett, ganz nett. Ich hätte es auch mit Kabelstein machen können, aber nein, mache ich nicht. So, ach ja, ich muss noch ein bisschen Holz abfahren. Quasi. So, gehe ich lieber mal da oben hin. Jetzt, wo ihr schön den Mond untergehen seht, es wird wieder Tag. Ich hau noch ein bisschen auf den Weg. Dieses Gras kaputt, weil ich davon immer diese Seeds bekomme. Gras. Boah, mies. Und die Sonne geht auf. Boah, Mann. So, ich glaube, ich bin auch gleich mal weg. Ja, warte noch zwei Minuten und 24 Sekunden, und dann ist der Part zu Ende. Das wird schwierig. Wie? Das wird schwierig. Ja, okay. Nein, das ist mein Joke. Ja, dachte ich mir fast. Ein Joke, ich bin ja nicht wie Martin. Richtige G-Pflege-Tarik, was soll das denn? Loll. Ich habe da nichts Gefühl, dass er noch zwölf ist. Fast zwölf. Eight, nine. Ja, war es nicht. Ja, ja. Nee, überhaupt nicht. Ich habe nichts gesagt. Ich glaube, einfach dieses Feld werde ich jetzt gleich noch aufnehmen, aber dann in Speed irgendwie so mal zwei vorspulen, damit man dann sich das nicht alles reinziehen muss. Das wäre nämlich extrem gelitten. Spule ich einfach mal so zehn Stunden vor. Zum Glück habe ich ja auch nichts zu morgen auf, außer tausend Seiten lesen. Naja. So. Ich habe auch wieder Hunger. Deswegen rätse ich jetzt ganz böse verrottetes Fleisch. Oh, ach, haha. Eine Lebensmittelvergiftung. Tod. Salmonellen. Tod und Verderben. Ich hoffe, du bist Schweine. Von Zombies, ja. So, meine... Jetzt nicht irgendwo... ... ... ... ... So, da haben wir hier ein paar Millionen Sitzlänge. Heißen die Teile. Die pflanze ich auch direkt mal an. Ach, scheiß Dreck. Ja, ne, dann bis... Bis... Bis demnächst. Bis die Tage. Tschö. Tschö.